Ja hallo liebe Freunde Joseph ist wieder hier ja viele meiner Freunde fragen mich immer wie wird in Zukunft Network Marketing funktionieren wie ist der Weg in Zukunft um sich im Network Marketing ein sicheres Einkommen aufzubauen mit welchen Werkzeugen soll man das machen geht es jetzt dann wieder über die Landingpage brauche ich die unbedingt oder ist doch jetzt wieder besser Meetings vor Ort zu machen Anzelgespräche zu machen und so weiter also ich kann nur sagen der Weg für mich also nach meiner Überzeugung noch geht der künftige Weg rein über das digitale Network Marketing modern dynamisch einfach und vor allem kostengünstig denn wir dürfen nicht vergessen diese ganzen Meetings und die Veranstaltungen und so weiter kosten für jeden der teilnimmt Geld auch der das veranstaltet kostet es Geld und das ist etwas was mehr oder weniger in der heutigen Zeit denkt es aber unnötig ist denn die Informationen an die jeweiligen Freunde oder an die Interessenten kann ich via Skype via Video oder wie auch immer weitergeben ohne eine Zeit zu verschwenden ohne Geld auszugeben ohne jetzt Kilometer auf der Autobahn zu verbringen und so weiter das ist das ja was was wir nutzen soll das ist das ist die moderne Art des Geschäftes denn um was geht es den Kunden den Kunden jetzt darum ist das was für mich ist das Produkt in Ordnung und kann ich mit dem wenn ich das geschäftlich mache kann ich damit Geld verdienen auch in meiner Situation wenn wir uns anschauen wie viele Leute da draußen ihren Job gefährdet sehen und nicht wissen wie wird die Zukunft sein wie baue ich jetzt das ganze Geschäft auf das das ist das und da kann ich ganz einfach sagen sei beruhigt wir haben uns das lange überlegt der Weg über das digitale Network Marketing ist einfacher als wie du denkst es ist genauso eine Arbeit aber du wirst hier Geld investieren in Werbung also in deine Werbeaktivitäten und nicht Geld investieren um irgendwo hinzufahren wenn du von bei einer Veranstaltung irgendwer was von sich gibt und dass du dann eins zu eins übernehmen kannst vielleicht bist du nicht der Speaker vielleicht hast du nicht die Zeit um dich da vorne hinzustellen weil du vielleicht auf die Kinder aufpassen musst oder weil du deinen Job jetzt parallel weiter ausüben musst dieses Business dieses digitale Long Distance Business Digitale Network Marketing Business ist ja gerade ideal für alle die jetzt einen Job haben oder ein Geschäft haben also ein Einkommen das aber nicht sicher ist bei was ist heute schon sicher und was meist nicht ausreicht um für die Familie sorgen zu können das ist das was tausende Tausende aber tausende alte bewegt die auf der Suche sind ja ich suche etwas wo ich ein Einkommen habe und nicht nur immer wieder Auskommen 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 machen im modernen Network also digitalen Network ist natürlich eines immer wieder gefragt du musst deinen Eigenumsatz haben deine Checksicherung oder wie auch immer das dann ist und du musst die Werbung machen nur der Unterschied ist im digitalen Network Marketing musst du zuerst einmal lernen wie funktioniert das da haben wir ja den Kurs dauert irgendwo ein Monat und dann hast du zumindest die Grundbegriffe schon dass du weißt wo platziere welche Werbebotschaft wie viel Geld brauche ich dazu und du kannst mit 10 Euro schon Werbung machen und dann kriegst du einen Reikläufer wenn du die Werbung richtig machst und wenn du die Werbung so platzierst dass du deine Zielgruppe interessierst und dass die sagen das interessiert mich das schau ich mal an da möchte ich mir mehr darüber wissen nur um das geht es alles andere hast du automatisch fix und fertig kannst du den Kunden für die Information zur Verfügung stellen kostet dich null einmal bezahlt und du hast das Werkzeug und du kannst damit arbeiten und die Firmen stellen ja sowieso ihre Produkte da das verwenden wir das sagen schau dir das an das sind die Produkte das können die Produkte die brauchst du aus dem um den Grund oder verwenden sie aus dem Grund und das war es dann auch schon du brauchst nichts anderes machen deinen eigenen Umsatz zu schauen dass du den hast die Schecksicherung zu schauen dass du hast die Firmen haben unterschiedliche Arten ihrer Schecksicherung das musst du achten und dann musst du mal schauen dass du 8, 10 oder 15 Partner, Kunden wie auch immer so und wenn du dann einen oder zwei neue Geschäftspartner für dein Business über das digitale Network Marketing findest funktioniert das wenn der nächste dasselbe macht die Duplikation um das geht es aber wie das jetzt so funktioniert das kann ich da in aller Ruhe jedem von euch der wirklich interessiert ist erklären der Ablauf ist wie immer gesagt schon zuerst einmal Anfrage stellen mit einem Fragebogen ausfüllen Name E-Mail Adresse und vor allem Skype Adresse so dann kann ich ein Gespräch führen dann kann ich das sagen grundsätzlich ob und wie die ganze Geschichte ablaufen kann so dann gibt es da irgendwo die Registrierung und wichtig ist dass du das den Workshop also den Video Workshop machst Schritt für Schritt lernst wie mache ich das ganze wie funktioniert es dann wirst du darauf auch sozusagen eingeschult dass du nicht nur das Programm hast sondern auch weißt wie es funktioniert und dann machen wir ja Nägel mit den Köpfen dann schauen wir wie wir dein Business in Ruhe aufbauen gemeinsam also als Mentor stehe ich dann ja den Leuten zur Verfügung die das geschäftsmäßig machen wollen immer Unterschied wirst du Kunde sein kein Problem kauf die Produkte und sei glücklich und happy und nutze die Produkte und wenn du Business machen willst das ist der zweite Weg also das ist der Weg wo wir professionell dann arbeiten müssen oder du dann professionell arbeitest das moderne Business im digitalen Network ist du bist das Geschäft es ist dein Geschäft du betreibst du betreibst die Werbung du organisierst das und wir oder ich begleite dich und bring dich sozusagen wenn du möchtest in den Bereich wo du dann ein lukatives zweite Einkommen generierst alles Liebe